Kim Wu, Staudinger Gesamtschule Also ich finde, Frau Wu hat es voll verdient, den Preis zu bekommen, weil sie ist halt immer richtig nett zu allen und hilft, wo sie kann. Und das finde ich richtig stark von ihr. Ich finde, ich kann ihr auch Geheimnisse anvertrauen, weil sie auch die Geheimnisse für sich behält. Immer fröhlich in der Schule. Weil sie hat dieses coole Maskottchen, das ist ausgedacht, das ist Fatty Freddy Franklin. Weil sie eine der nettsten Lehrkräfte ist, die ich jemals kennengelernt habe. Also der beste Moment war wirklich, als sie im Gaming-Stichtanz gespielt hat, weil sie war einer der besten Gegner, die ich hatte. Den Tag, als sie von Amerika wieder kam, da hat sie auch eine ganze Box mit Süßigkeiten geholt. Mein Lieblingsmoment mit Frau Wu war, dass wir im Kino waren. Ich fand, wo wir auf einem Bauernhof waren, schön. Mein allerliebster Moment mit Frau Wu ist eigentlich jeder, weil sie ist immer nett, freundlich, ja, und ihr hilft einem immer. Wenn wir gewinnen würden, dann würde ich das Geld einfach ihr überlassen. Ich würde es einfach Frau Wu überlassen, weil es ihr Geld, also das hat sie selber verdient. Also die Klasse hat überlegt, dass wir in Europa gehen, aber ich glaube, das wird nicht reichen, weil wir sind 27 Kinder, das sind schon viele. Also ich würde ihr wünschen, dass sie so bleibt, wie sie ist, weil das ist eigentlich perfekt. Dass sie viel Glück hat und dass sie wiederkommt und dass ihr Mann ihr einen Antrag macht, hoffentlich. Viel Glück im Leben und dass sie gesund bleibt. Ich wünsche der Frau Wu ein tolles Sabbatjahr und dass sie wieder zurückkommt. Dass sie weiter die Schar-AG natürlich macht und dass sie ein schönes Sabbatjahr hat. Auch wenn sie nicht gewinnen sollte, ist sie trotzdem die beste Lehrerin. Kim Wu, Staudinger Gesamtschule